Musik 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 Eine Besonderheit bei den Messungen, die wir durchführen, ist, dass wir natürlich daran gebunden sind, wann der Satellit vorbeikommt. Das kann, wenn wir Glück haben, tagsüber sein. Das kann aber auch mitten in der Nacht sein. Musik Wir sind hier im Institut für Kommunikation und Navigation, das DLR in Oberpfaffenhofen. Und was wir sehen, ist die optische Bodenstation Oberpfaffenhofen. Wir beschäftigen uns im Institut ja inzwischen seit knapp 30 Jahren mit optischer Freiraumkommunikation. Das hat angefangen zum Beispiel mit Experimenten von Stratosphärenballons zu Bodenstationen oder von Flugzeugen zu Bodenstationen. Und der nächste Schritt war dann, auf Satelliten zu gehen. So der klassische Anwendungsfall ist die Datenübertragung von Satelliten zur Erde. Wir machen Laserkommunikation, hauptsächlich jetzt mit den Satelliten. Aber können wir auch mit dem Flugzeug und verschiedenen Zielen machen. Dafür brauchen wir die Bodenstation und die Software, die die Bodenstation steuert. Es ist wichtig, dass die Satelliten und Bodenstationen einander gut ausrichten und tracken können, damit wir das Signal von Satelliten alles mitbekommen. Und da ist auch ein besonderes Augenmerk reingeflossen bei der Entwicklung der neuen Station, dass wir eben eine sehr genaue Ausrichtung von der Station zum Satelliten oder zu anderen Kommunikationspartnern erreichen können. Wir haben unser neues Teleskop bekommen, das ist 80 Zentimeter groß. Als erstes Experiment, wir haben den Alpha-Sat, eine Satelliten getragen und unsere Experimente durchgeführt. Mit dem größeren Teleskop haben wir eine ganz hervorragende Messanlage. Da ist ganz einfach das Ziel, wissenschaftliche Messungen durchzuführen, um ein besseres Verständnis davon zu kriegen, was der Kanal mit dem sich ausbreitenden Laserstrahl macht. Basierend auf dem Wissen, das wir aus den Messungen generieren können, sind wir dann eben in der Lage, bessere Systeme für die Datenübertragung zu bauen, für die sichere Kommunikation, aber auch für andere Systeme, wie zum Beispiel zukünftige Satelliten-Navigationssysteme. Nachdem das Licht bei den Teleskop-Kefängern fährt, geht es durch ein Fahrt von Spiegel und Linsen zu dem Optik-Tisch, der steht hier im QD-Labor unter dem Teleskop. Um den Link effizient zu verbessern, nutzen wir ein Technik, das heißt Adaptive Optik. Diese Technik misst die Störer von atmosphärischer Turbulenz und sendet Signal zu einem verformbaren Spiegel, der die Störer korrigiert. Die optische Bodenstation Oberpfaffenhofen ist ein super Messinstrument für uns, um ganz einfach hier das Wissen zu verbessern, dass wir in Zukunft effizientere, bessere und leistungsstärkere Systeme bauen können. Die adaptive Optik ist eine absolute Schlüsseltechnologie für eine ganze Reihe von Anwendungen. Also zum Beispiel in Empfangsrichtung können wir mit solchen Systemen eine bessere Qualität des Empfangssignals gewährleisten und damit dann zum Beispiel höhere Datenraten übertragen. Aber gerade auch die Vorverzerrung ist ein Kernelement für Uplinks, zum Beispiel zu geostationären Satelliten, weil wir dadurch eben auch atmosphärische Effekte viel besser kompensieren können, um dann eben Terabit pro Sekunde und höhere Datenraten zum Satelliten senden zu können. Das erste Mal, dass wir Licht in dem Basel gesehen haben, war es sehr aufregend. Das repräsentiert viel Arbeit und Vorbereitung. Ein Thema, das wir in den letzten Jahren sehr stark verfolgt haben, ist die Quantenkommunikation, insbesondere für den Quantenschlüsselaustausch. Hier an unserem Institut konzentrieren wir uns auf die satellitenbasierte Quantenschlüsselverteilung. Momentane Verschlüsselungsverfahren basieren auf mathematischen Annahmen. Die Quantencomputer der Zukunft können die Verschlüsselungsverfahren von heute angreifen. Eine Methode, trotzdem eine abhörssichere Kommunikation zu gewährleisten, ist die Quantenschlüsselverteilung. Mit der UGS haben wir eine Forschungsumgebung, mit der wir dieses Quantensignal empfangen können und auch analysieren können. Was ist die Quantenschlüsselverteilung? Das heißt, wir leisten da einen wichtigen Beitrag für die Cybersicherheit in der Zukunft. Die Optische Bodenstation geht tatsächlich auf über 20 Jahre Erfahrung mit dem Thema zurück. Wir haben die Vorgängerstation ab etwa 2004 aufgebaut, haben die stetig weiterentwickelt. Und die ganzen Erkenntnisse, die wir da jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte gesammelt haben, sind jetzt in die Entwicklung der neuen Station eingeflossen. Es gibt eine ganze Reihe zukünftiger Anwendungen, an denen wir auch arbeiten. Also das umfasst zum Beispiel optischen Zeit- und Frequenztransfer. Das ist eine sehr vielversprechende Technologie, von der wir dafür ausgehen, dass bei zukünftigen Generationen von Satellitennavigationssystemen wir das hervorragend einsetzen können. Solche Ergebnisse kann man nur erzielen, wenn man ein starkes Team hat. Und das haben wir und sind da sehr stolz darauf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020